So, da geht es runter. Alex, du darfst mitfahren mit Nico. Gut, ich habe ein Soundproblem, ich höre nicht, was er macht, aber er macht seine Sache gut. Gut, hier durch Kurve 2 geht es raus aus dem ersten, zweiten, dritten Gang hin hoch bis in den siebten. Bremspunkt ist dann etwa bei 80 Meter in den dritten Gang hinein. Da hängt es ein bisschen nach außen, da muss man ganz vorsichtig ans Gas gehen. Das macht auch perfekt hinein in die schnelle Passage, setzt das Auto gut um, Vollgas durch, durch Kurve 7. Und dann schön kontrolliert bremsen durch die Harnadel-Kurve hinaus. Körs hat er gedruckt, aber nur 10% davon, das hebt er sich für die nächste Kurve aus hier. Vermutlich beim Rausbeschleunigen, ja genau, da drückt er auf den Körsknopf, drückt hier die Batterien raus, holt sich 50% nochmal dazu. In diese schnelle Linkspassage hinein geht es im dritten Gang mit etwa 4G hinauf in die Rechtspassage dort. Das geht voll, kein Problem, aber man kann dort schnell den Reifen überfahren in diese sehr schwierige Kurve. Da leidet der Hinterreifen schon extrem stark, kommt ganz weit raus, super durchgezogen, sehr viel Minimum Speed hat er mitgenommen in die letzte Kurve. Dort kann man nämlich nur verlieren und nichts gewinnen. Man versucht immer viel zu spät zu bremsen, aber er macht es natürlich meisterlich. Und wie immer schaut es furchtbar einfach aus, wenn so ein talentierter junger Mann... ... ... ...